Schön. Ich war ein bisschen blöd, nach dem Spektator-Kontrollen. Ich habe total kontrolliert. Aber es war schön. Dein Form ist sehr gut. Ja, schauen wir mal. Wir wissen, dass wir in einem Monat in der World Cup wissen. Also warten wir mal. Aber die Technikale-Race war heute okay? Ja, im Anfang 2x, 10-20 Sekunden. Und dann habe ich angefangen auf die Mappe. Und dann habe ich gesagt, nach dem Spektator-Kontrollen, habe ich einen großen Fehler gemacht. Das war ein großer Fehler. Aber ich wusste es. Und dann habe ich einfach weitergegangen. Es dauerte mir ein Zeitpunkt, um zu relocieren. Eine weitere Reaktion für Karl von Rusty heute? Mal sehen wir. Es ist noch ein paar Tage zu gehen. Ein viel kann passieren, aber wir haben die beste Chance. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.